Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker FinBucks. Ich hatte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Start-Trade beträgt hier 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade, den Metatrader 5, nach meinen Einstiegskriterien. Schweizer Franken, Japanisch Yen. Sieht ganz gut aus, allerdings bietet FinMax keine 60 Sekunden an. Dann suche ich weiter. Im kurzfristigen Zeitrahmen von 60 Sekunden bis 2 Minuten trade ich ausschließlich Währungspaare. Britisch Pfund, Schweizer Franken. Auch hier bietet FinMax keine 60 Sekunden an, das ist schlecht. US Dollar, Schweizer Franken. Weiter zu spät. Bis 31.12. Dann kannst du dich noch für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Im nächsten Jahr ist es dann nicht mehr möglich. Da ich mit meiner Familie mehr Zeit in Malibu verbringen möchte. So. 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 Aktuell ist der Markt relativ ruhig. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, denn später finden noch wichtige News im US Dollar statt. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Deutlich im Gewinn Perfekt Die ersten drei Trades gewonnen Der letzte Trade ist auch aktuell im Gewinn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn du es ernst meinst und irgendwann Geld verdienen möchtest, hilft dir nur eine Trading-Ausbildung. Signale und irgendwelche dubiosen Templates werden dich nicht weiterbringen auf Dauer. Ich habe 2010 auf Dauer. 51.000 Euro angefangen und habe bis dato über 60 Millionen Euro verdient mit Traden. Ich habe mir alles selber beigebracht. Noch eine Minute. Könnte auch sein, dass ich den nicht gewinne. Ist mir aber dann auch egal. Niemand gewinnt alle Trades. Auch ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.